In diesem Video werde ich wieder heute werde ich der Handysüchtige sein. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei Filme durch es so gehen Sachen. Ich heiße Agnes Anakitas. Heute geht es um das Thema zweiterste Böhm hennysüchtig. Also ja bitte rede du. Ja Freunde auf jeden Fall ist es so ich werde ich wir werden so aufnehmen. Er telefoniert mit seiner Freundin und seine Freundin ruft ihn an und 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 er telefoniert mit ihr und dann kommt er und dann komme ich und will ihm was sagen und er ignoriert einfach diese Anzahl mir. Und dann und so weiter. Das wollen wir heute mal aufnehmen. Habt ihr gehört? Genau. So wollen wir heute aufnehmen. Ich würde sagen wir gehen los. Aber falls ihr den Kanal noch abonniert habt, dann werde ich empfehlen den Kanal zu abonnieren und und ja. Und werde ich nicht mehr. Und schaut dieses Video bis zum Ende an. Das wird bestimmt witzig. Wallah witzig. Ich würde sagen jetzt geht's los. Hi Schatz. Hi Schatz. Wie geht's? Wie geht's? Oh mir ist gut. Ja ja. Danke schön. Ja was machst du so? Oh ich. Ich gehe gerade Richtung. Du mach ich wieder hin. Du基iere das error�kitsch. Ach ja. Und so weiter. Ja. 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 Du hast du damit mit deinem Ex komplett schluss gemacht? Ehrlich jetzt? Ohl. Ja. 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 Du dürfe nicht loslassen. Ich mache einfach schluss bitte. date chúng theatre. Saturday jaja genau ja ich bin jetzt gleich da weil ich bin noch ein bisschen gut entfernt aber aber ich komm schon zu klar ich bin schon kein Sex mehr oder was was ich ja und Boss ich würde was sagen ich hab da was super cooles gelernt ja ja auf jeden Fall und zurück Boss ich rede mit dir hallo Boss ja auf jeden Fall so warte was sagst du ach wenn mein Kollege nervt mich dann sagt mir doch nichts eh ich nerve ok warte kurz was soll der mich jetzt du kannst ja von mich anspucken du Penner Boss es tut mir leid ähm ich hab was cooles gelernt warte kurz nicht auflegen ich bin gleich dran ich bin gleich dran ich will was cooles zeigen ok was will was hast du was cool was hast du für coole Sachen gelernt ähm und cool 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 wenn du einmal im Schubsen der Wolles gebricht sie alle ja ja Boss warum sagst du mir nicht danke deine Fresse was ich glaub sagen was ich will ja ja so gut Boss ja dann ja 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 dein Ex von dein Ex von dein Ex von dein Ex von ist neben mir und der 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 nervt mich der 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 du hast meine Nummer du hast meine Nummer du hast meine Nummer geschrieben du antwortest nie seit zwei Monaten antwortest du nicht wartei du Mist mein Gott wartei du Mist wartei du Mist jetzt du hast ja ja Schatz ähm warum gehst du nicht zur Fusur und färbst deine Haare braun das ist besser als ein schwarz ich mag weil ich mag ich mag dich mit braunen Haaren du magst bra- oh Spaß du hast äh was äh du sagst du hast braune Haare du hast schon braune Haare gefärbt und boah ich bin stolz auf dich weil schwarze Haare sind schon zu alt sechs oder sechs oder so ja ja nix scherz voila sechs Jahre alt gestern hab ich gesagt dass du ähm ja auf jeden Fall braunen bautest wenn ich nach hause komme damit dann möchte ich kaum erfahren dich zu sehen ich bin sowieso in der Nähe von zu Hause weißt du wir wohnen doch in in der Nähe von zu Hause ne also im Vorflug nur über die Straße und dann über die Haustür und dann hoch ja auf jeden Fall ist der Ex-Freund jetzt weggelaufen na und wem juckt's wem juckt's wem juckt's wem juckt's jetzt niemandem juckt's ok niemandem juckt's nicht dich juckt's nicht ne wem juckt's nicht ne ne eh Spaß wir haben es 22 Uhr 30 ich bin schon an der Lokal und ich hab mich schon mal zu drücken geholt und so weiter ja auf jeden Fall ja was für Kamera, nein, hier steht da Kamera, also, wenn ich mir die Kamera jetzt angucke, dann, das ist mein Video, was ich hoffe, ne, ja, Video für unser YouTube-Kanal, Filmequals es, ja, ja, auf jeden Fall ist es so, du, ja, du, ja, aber soll ich jetzt machen, ich habe schon 20 Euro gezahlt, und so, hast du festlichen 4 aufgebaut, ach, du baust dir einfach, scheiße, okay, warte, ich, ich, ich trenne jetzt mal meinen Trend zu Ende, und dann komme ich nach Hause, alles klar, bis gleich, tschüss, ich liebe dich über alles, ja, was ist das mit Ohren zu, man kann sich nicht mehr, nein, ich trenne hier seit 1 Stunde, seit 10 Minuten, und seit, nein, 25 Minuten, und der Kollege nervt mich einfach, mein Gott, ich trenne jetzt mal, alles klar, Bruder, was machst du hier so Spät ab, ach, ich wollte hier bisschen Pause machen, weil ich bin ganz aufgeschoben vom Ausdruck von dort bis hier gefahren, heißt du, Ach, ja, 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 Bruder, komm, musst du an, ja, möchtest du nicht mit mir zocken oder so, oh, ich hab käschen vier, ja, ja, ich hab nicht nach käschen, hast du käschen vier, ja, was, Bruder, ja, ja, Bruder, ich hab käschen vier, oh, habe ich gestoßt, ich bestoßt auf dich, Bruder, du bestoßt auf mich, ich glaube, man kann das gar nicht glauben, weißt du, hä, bist du mit? Ach, nee, das mach ich, Bruder, zocken wir, zocken wir heute FIFA 21? Oh, Bruder, das ist geil, komm, gehen wir schnell nach Hause, deine Freundin braucht immer noch, ähm, die PS4, ja, sie braucht Hilfe mit diesen Kabeln, ach, okay, schon, ich schüttere, und ich finde das nicht schlimm, ja, 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 ich wünsche, ich hätte so ein Zwillingsmensch, der Kameramann ist, der diesen Kameramann hält, ja, okay, ich geh nach Hause, tschüss, Bruder, Oh, wie sie zocken, FIFA 21? Ich bin Paris Saint Germain, du bist Juventus, okay? Oh, Bruder, komm. Oh, ich hab's geschafft, jetzt hab ich den Koffer auf, das... Oh, Assalamualaikum, Bruder, ja. Oh, Assalamualaikum, Bruder, komm, lass es, lass es gemeinsam spielen. Ah, Bruder, komm her! Komm her ! Toction her! Das sind gerade schon, à! Oh, Bruder, Bruder, ihr clothes, jetzt museum點 Mard, ihr wird vers morer Ab square. Ja Bruder komm! Ich lebe gleich 24. Ich bin fieber 21. Ich hab schon den Tag geschlossen, Bruder ja 2.0! Ja ich muss ein bisschen ruhig sein. Unser Kind schläft. Du hast ein Kind. Ja ich hab ein Kind. Der ist gerade ein Jahr alt. Du bist schon verheiratet. Mein Gott. Du bist schon verheiratet. Ja was willst du jetzt sagen? Den bitte. Du bist schon verheiratet. Du bist jetzt hier. F과�林 Nun呀. Schwierсти. Schwierig? 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 Scheiße, scheiße. Scheiße. Feuer. Was ist das? Feuer. 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 Oh mein Gott, das ist doch da. Ein Traumtor. Traumtor. Mein Gott. Was ist das hier? Unser Kind ist wach. Ja, mein Kind. Ja, mein Kind. Ja, mein Kind. Ja, ja. Kinky. 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 Guten Morgen. Mein Fisch ist kalt, es ist geduld kalt, von da bis da, da, ja, mein Gott, pff, was sagst du jetzt da so, oder, was, die letzte Minute 3, 1, ja, blut, Freunde, ich spiele gerade käschen 4, und so weiter, und, mein Kumpel ist gerade ein Mikro, ein Mikroförer, diese Mikrofon, diese Mikrofon, diese Mikrofon, diese Audioausgabaufnahme will ich lassen, weil, ihr könnt mich sonst nicht verstehen, was ich sage, also, Gott, 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 gepasst, Flanke, 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 dich, doch, 4 zu 1, 4 zu 1, mich, juckt, und wer juckt, ja, der hier ist, juckt uns, Spaß, Aber wenn man jetzt, 5 Bälle hat, das ist, also, Ja, Bruder, spiel doch mal richtig, ne, ein richtiger Wuster, ne, mein Gott, Ja, ich soll dich nicht mehr erinnern, was passiert ist, Jetzt ist es gerade angekommen, was ist das jetzt? Oh, das ist das sehr schön! Goal! Soll das jetzt, Bruder? Guck mal da, ich hab gewonnen! Aha, ich hab gewonnen! Was? Du hast gewonnen, ist ungefähr? Aha, juckst dich jetzt? Okay, es juckt mich nicht. Ahhhh! Nice! Guck! Guck, 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 guck! 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 Oh, ich liebe dich mit braunen Haaren! Wala, ich liebe dich mit braunen Haaren! Guck! Meinst du mich? Bruder, was redest du? Ich meine sie! Guck! 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 GaJa, bitte! Wirklich! Möbel Vorhin, ich lese mal ein bisschen coole Videos bei im Buch. Ich lese ein Buch. Ich lese mal 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 ein Buch.